hallo ihr langweiler da draußen und willkommen zurück zur nächsten folge project infinity next level wie immer zusammen mit den üblichen verdächten seit neuem und dem quentin schon seit immer und ich habe keinen plan was wir machen wollen sag's noch mal eine gradis sag's mir schon geschehen okay sag's mir na gut ich möchte diese solchers bauen wie kann ich die bauen wir brauchen endstone habe ich dir aber schon vor drei folgen gesagt dann mache ich mir jetzt ender augen oder so und gehen wir den drachen alleine töten nein du darfst nicht vergiss auf keinen fall hier eine dimensionstür zu setzen damit du wiederkommen kannst ach okay da brauche ich erst mal place rats also erst mal nieder erst mal alles dann den rest das kann da bleiben meteor detektor werde ich da auch nicht zwingend brauchen das auch nicht die vielleicht sogar eine pickaxe werde ich nicht brauchen aber jetpack werde ich brauchen so jetzt habe ich absolut alles außer dem body armor und der zweiten gravitation einfach auch mal diese diese power armor ja ich bin voll old school wenn du da wenn du damit angefangen hast und die erste module boss hast schon kein bock mehr ach so dann gehe ich lieber gleich zur nano rüstung über also es ist halt brauchst halt elends viel für diese ganzen module und so so klein steht energy warte mal 1 2 3 4 energy crystals erst mal v ist nochmal ne welche welche tatschen bei die erwalf ja ja ich suche aber hier den knopf für die wege punkte also nicht b sondern sie geht bei mir nicht so gern 21 carbon platten mal sehen für 21 carbon platten es sind 21 davon zwei und höhe sich bei mir ist es Prozent 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 wie wir gehen um das ist hier mehr als 42 160 168 okay ich brauche 168 Kompelder ist berechnen ist mir zu schnell Kumpel unheimlichen live nur weil ich in Mathe kann und du nichts Lücke Wo ist der Crusher? Naja, Kopfrechnern hat ja nichts mit Mathe zu tun. Nicht so ganz, aber... Nicht im engeren Sinne, nein. Aber interessiert ja keinen. Sag mal, wo gibt's denn hier ein Dorf? Gibt's hier kein verkacktes Dorf? Kann ja nicht sein. Musst du halt ein bisschen suchen. Ja, ich bin schon unterwegs. Alter, geht diese Advanced Factory schnell? Nicht so gut, doch. Nicht so gut, doch. Das. So, da war grad einfach mal kurz mein Internet weg. Hat man ganz gerne und so. Ganz selten. Ja. Nee, ganz selten ja leider nicht. Kommt schon so gelegentlich mal vor. Jetzt brauche ich aber einen Kompressor oder so. Haben wir einen Kompressor? Ach hier. Nein, 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 haben wir nicht. Musst du erst noch einen bauen. Wow, der ist ja sogar mit Overclocker-Upgrades richtig schnell. Nichts. Ja, wenn man so Elite-Factories gewohnt ist. Ja. Irgendwie schon so. Wie du brauchst du von dem Zeug. Ich brauche nämlich den Kompressor-Blatt auch. Ja, ich brauche die 24 alle. Ach du Scheiße. Ja. Wird schon nicht lange dauern. Ich glaube, ich mache bei mir weiter, wenn ihr hier fertig seid. Ja, passt schon. Irgendwann hoffe ich ja, dass ich das alles soweit automatisiert habe, dass das alles kein Problem mehr ist. Na ja, wenn du die ganze Zeit vorstehst, das automatisiert sich nicht von alleine. Na doch, dachte ich schon jetzt. 10, 17, ah ne, 21 brauche ich. Anstatt da vorne rumzuwarten, könntest du mir mal helfen, um hier die Gummibäume abzufällen. Nein. Nein. Zu faul. Nein, kann ich nicht. Oder vergisst du sonst, was du machen wolltest. Mal eine Gravitationszut machen. Achso. Mhm. So, weil Kupfer ohne Ende verschwenden. Ah. Habe ich eben auch. Kupfer verschwendet, meine ich. So, einen Cooling Core habe ich dann schon wieder. Sonst brauche ich ja nur noch einen zweiten. Oh. So. Jetzt muss ich das noch alles aufladen. Obwohl, ich kann ja auch. Verleckt ein Zombiehirn für dich. Wo dann? Da draußen. Oh cool. Dankeschön. Da habe ich ja auch noch zwei Force-Filimeter in der Tasche. Ja. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich habe noch gar keine Rüstung. Doch. So, jetzt könnte ich hier einfach mal so stehen bleiben. So eine gewisse Weile. Eine halbe Stunde oder so. Ja, irgendwie sowas. Ne, hoffentlich nicht so lang. Aber auf jeden Fall geht es auf dem Chargepad schneller als wenn ich es in den Energy Cube reinhau. Die Rüstung. Weiß ich nicht. Ja, ja. Ich habe den Energy Cube ja jetzt auch geupdated. Deswegen. Was ist eigentlich sinnvoller, wenn ich mir die Advanced Nano Chest Plate mache oder wenn ich mir das Quantum Zeug mache? Ach, ja. Keine Ahnung. Mit Advanced Nano kriegst du von mir, wenn du willst. Ich meine. Braucht die hier nicht mehr. Ja, dann nehme ich sie gerne. Hoffentlich nicht mehr lang zumindest. Nehme ich auf jeden Fall wirklich gerne. Vor allem, weil da schon ein Jetpack mit drin ist. Ja, ja, klar. Warte mal, mit was aktiviere ich das? F. F. Und der Mode Switch war auf I. Okay. Ähm. Ach ja, das war jetzt noch eine Ridium Platte. So. Ach ja, genau. Ich wollte hier so eine... Ach nein, eine Danced Copper Plate brauche ich. Beobachtungsplattform reinhauen. Dafür will ich haben... Dafür will ich haben... Ich will nämlich die Turtle, die hat ein Plattformprogramm. Nee, ich will ja keine komplette Plattform. Ich will nur so eine, ja, so eine Spalte zum draufstehen bauen. What the fuck. Okay, ich bin fast fertig. Willst du mir deine normale Quantum-Ding geben, bitte? Mein... Was denn? Deine Quantum Body Armor, die ganz normale... Ich habe die Nano-Ding. Die Nano-Ding. Die dasem System. Na, danke. Da habe ich einen guten Deal gemacht. Wieso brauchst du die normale Nano oder was? Ja. Ah. 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 Das war nicht Sinn der Sache. Habe ich dir gerade zufällig ein Energy Crystal geklaut? Mir nicht. Was? Mir? Mir? Nee. Ja. Nicht? Nee. Glück gehabt. Weil es war noch welchem System. Ja, ja. Nee, nee. Ich brauchte Advanced Circuits, aber ich habe schon ein paar gemacht. Aber ich brauche noch mehr. Ich habe die fucking Gravity Chestplate. Boah. War das eine schwere Geburt. Oh Gott. Das einzige Problem an der Gravitation Chestplate ist, sie verbraucht Konstantstrom, solange das äh... der Fluky an ist. Oh. Aber dafür hat sie auch einen Speicher von... Warte, das sind... 1000... 10 Millionen EU. Okay. 10 U-U-Meter kann ich da drin speichern. Ah. U-U-Meter? Ja. Ein U-U-Meter entspricht einer Millionen EU. Ach so. Marcel, möchtest du ein paar Overclock-Upgrades craften? Äh, nein. Warte kurz. Ach, für die... Sind doch vier Stück drin, oder? Hab ich die doch extra schon gemacht? Ach so, ja gut. Für das Chargepad, oder was? Was sonst? Geht dir zu langsam. Mhm. Mann, 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 diese Dekadenz. Schrecklich, gell? Du, ich muss ein komplettes Chargepad leer machen für das Kack-Ding. Ja, das ist dein Problem. Ich weiß. Danke. Mann. Ich stehe übrigens auf meine Tür. Ich weiß. Hab ich dir gerne mitgebracht. Ja. Nicht. Doch, doch. Die ist schon cool. Aber cooler ist die, die dann komplett weg ist. Ich weiß nicht. Ich find die sogar witziger. Gerade weil sie eben nicht komplett verschwindet. Du bist halt einfach nicht so der modische Mensch, oder? Nö. Oh, mein Spiel ist abgestürzt. Ach, auch mal. Doch nicht. Haben wir Wireless Redstone? Äh, weiß nicht. Klar. Stimmt irgendwo. Wenn ja, dann muss ich das nämlich hier ganz kurz einbauen, noch. Äh, hast du die Zeit zufällig gerade, weil ich glaube, ich bin drüber. Wir sind bei neun Minuten seit deinem Absturz. Ach so. Ich hab keine Ahnung, wie viel ich vorher hatte. Ich auch nicht. Einfach mal kurz nachschauen. Äh, wie viel Wirring brauchst du, ey, das ist krank. Ich bin von diesen Doppelböden. Ja, genau. Äh, ich bin... Bau mir ein Stack, bau mir ein Forcefield-Gemeter. Sind sie schon wieder alle kaputt. Alle weg. Voll kaputt, Alter. Ja, und ich brauch acht Forcefield-Gemeter. Hätte ich ja nicht gedacht. So, nochmal vier... ...Overclocker. Ah, okay, dann sind wir jetzt bei einer Viertelstunde, weil vorher hatte ich ziemlich genau fünf Minuten. Mhm. Hätte ich nicht gedacht, dass das so wenig ist. Hätte ich mir auch so gedacht. Wow, ich hab schon fast ein Zehntel. Wow. So, Wireless Transmitter. Obsidian Stick. Aber hey, ich kann fliegen. Fucking, fucking fliegen. Yeah. Ich muss nur noch so ein Ultimate-Ding machen und als Solahelm tragen. Dann bin ich komplett ausgestattet, Alter. Solahelm, auch ja noch. Hier, I am Thruster. Wie lustig das wäre, wenn du ein normales Jetpack anhast, dann einen HV-Solarhelm aufsetzt und dir einfach dein Rücken explodiert. Das wäre geil, ja. Warum gibt's das noch nicht? Ja, irgendwie ja nicht so. Ich fände es witzig. Ja, auch. Aber dafür brauche ich jetzt noch mehr von diesen Scheiß-Wires. Achso, genau. So, jetzt hab ich diese beiden Torches und jetzt brauche ich aber trotzdem nochmal zwei Obsidian-Sticks. Wireless Transmitter, Wireless, kein Wireless Receiver. Kein Wireless mehr. Receiver-Disch. Und jetzt gibt's einen Wireless Receiver. Ich baue jetzt ganz kurz mal ein Action-Schönes. Nein. Warum nicht? Mir egal, mach. Nein. Komm's, ja. Habt ihr mal ein Nein gesagt, ne? Ja, klar. Kenn ich von meiner Mutter. Ah, das ist schön. Die Sache kannst du einfach so mit Shift-Click bauen. Weiß genau, das brauchst du nicht zu gucken, ob du die Matze hast. Läuft. Richtig gut. Oh nein. Fehlt. Richtig gut. Oh nein. Inva. Nee, oder? Ey, jetzt muss ich mir so einen Kurbel-Sklaven bauen. Ach, nee. Was? Wieso Kurbel-Sklaven? Ja, um mir dieses... Nee, ist da nicht. Und dafür fehlt mir was? Das war der Receiver. Ein Budden-Gier. Ja, das war der Receiver. Sagen wir mal Frequenz 111. Ich frag mich ja gerade, was der Töp da schon wieder macht. Welcher Töp? Was ist der Name? Ich hab mal das U-Meta... Ich hab mal unser U-Meta von 5000 auf 2500 gemacht, weil ich drei Stacks Dias gemacht habe. Sorry dafür. Macht doch nix, ist doch schick. Ja. Und jetzt ganz altmodisch hier. Wat? Ja. Super. Daumen hoch, Peter. Das war gut. Ja, sehr gut. Du brauchst das jetzt jedes Mal machen. Nein. Keine Ahnung, was es war, Alter. Soll ich einfach nochmal draufdrücken. Wenn du keine Erze in dem Grindstone hast, dann geht der Hebel hier kaputt. Und der Hebel, ähm... Da brauchst du fünf Sticks, kriegst nur drei zurück. Ich hab zwei bekommen. Ja. Naja, so kannst du auch deine Erze pulverisieren. Das ist ja voll behindert. Ja, sicher ist das behindert, aber ich mein, Ferris kriegst halt anders nicht gemacht mit Mechanism. Aber das reicht auch. Schon cool eigentlich. Und es ist von... Applied the Logistics. Wichtig! Gäh? Weit bester Mod der Welt, Alter. Wer hat die diesmal kaputt gemacht? Ich. So, alles andere kann ich dann gleich machen. Oh, Gott. Eisen brauche ich noch ein bisschen Last. Hä? Das war ich nicht. Wir hatten Bumi hier in die Advanced Factory gemacht. Welche? Hier rechts. Bei mir. Das war ich nicht. Das musst du gewesen sein. Ich hab's... Ja. Hängen geblieben, oder? So ein bisschen. Auch nur ein kleines bisschen. Geringfügig, ja. So, dann machen wir uns jetzt mal hier. Boah, ist das Ding lahm, Alter. Ist ja zum... Und warum regnet's eigentlich? Und wieso liegt hier Strom? Deswegen liegt hier Strom rum. Warum? So, und jetzt kann ich das wirklich sagen. Und warum liegt hier Strom rum? Wir haben jetzt übrigens Stroh in unserem Haus. Ach so. Oh. Ist ja herrlich. Ja. Schön, schön. So, jetzt haben wir ein bisschen Inva. Und jetzt bauen wir unseren Induction-Curlis. Was mach ich? Ich darf jetzt drei Stacks Kohle crushen. Na, ist doch auch schön. Ja, ich hab ja auch nichts Besseres zu tun, oder so. Nee, eigentlich tatsächlich nicht. Eigentlich nicht, nee. Sonst würde ich's ja nicht machen. So sieht's nämlich aus. Haha. Toll, jetzt hab ich mir so viel Inva mit dem Kurbel-Sklamm gemacht, dass ich den Induction-Smelder eigentlich gar nicht mehr brauche. Nice, oder? Das ist sehr geschickt, ja. Naja, macht ja nix. Ach ja, ich sollte das Ding hier oben noch auf eine Frequenz einstellen. Ähm. Und danach die Feuergebühr enden. Ach ja. Stimmt, das solltest du tatsächlich. Wär gar nicht so doof. Halt echt nicht, ne? Äh, echt nicht? Nee, echt nicht. Was, echt nicht? Die Folge beenden. Wir sind schon lang drüber. Ja, ich weiß. Egal. Stört mich jetzt auch nicht. YOLO. Warum schreibe ich schon das zweite Mal Mursula? Mursula? Ja. Ja. Keine Ahnung. Schon gut. Wir haben jetzt nicht zufällig hier, äh, Rubber. Sag mal. Äh, doch, natürlich. Hab ich doch gebacken. Nein, du hast vergessen, die Steine unten rauszunehmen, du Schlaumeier. Nee, das hab ich nicht vergessen. Doch. Nein. Nein. Das ist meine Aufgabe. Das wurde mir beim Bewerbungsgespräch aber nicht gesagt, dass das zu meinem Vertrau... äh, Verantwortungsbereich gehört. Steine rauszunehmen. Genau. Steine von anderen rauszunehmen. Ist vor allem... Ja gut, Philipp, hast du die Steine da rein? Ja, die hab ich da rein. Dann ist es deine Schuld. Danke, Philipp. Oui. Gut, dass, äh... So. Ich würde aber sagen, wenn euch die Folge nicht zu hart gelangweilt hat, folgen wir uns über eine Bewertung. Schaut auch bei Marcel vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei ihm auf dem Kanal. Bis dahin. Tschau. Tschüss. Tschüss.